Ja, da bist du wieder. Willkommen zum Frequent Traveller TV Updates. Zwar an einem Wochenende, oder nicht das Frequent Update. Wir haben einen Monat Pause gehabt. Warum haben wir einen Monat Pause gehabt? Das verstehe ich nicht. Mario war unterwegs. Ich war unterwegs. Ich bin gerade, wie ihr seht, in Berlin. Ich halte das Ganze mal höher am Notebook. Wer weiß, wo ich bin? Grüße aus dem Tizian. So sieht man vielleicht, dass es Tizian ist. Ich weiß gar nicht, es ist gerade dunkel. Ich habe da den Platz gefunden. Mario ist in Goslar. Nee, Quatsch. Ostwestfalen bist du, ne? Ich bin in Ostwestfalen, ja. Und du am Potsdamer Platz. Genau, ich bin am Potsdamer Platz mit den Demonstrationen. Polizei fährt hier hin und her. Action, Action, Action. Ja, da können wir mal schauen, wer uns hört. Da solltet ihr uns ein Like geben. Ich hoffe, dass es mit der Verbindung klappt. Heute nicht mit der Super-Duper-Kamera, sondern einfach mit der FaceTime-Kamera, die an jedem Notebook ist. Themen natürlich, Miles & More, so wie wir letzten Monat aufgehört haben, hätte ich fast gesagt. Wir haben hier nur eine Sendung am 1. Juli gemacht. Ja, heute weiter. Meilen-Highlights August, nachdem wir Meilen-Highlights Juli hatten. Dann wollen wir auch über andere Themen sprechen, wie zum Beispiel Economy, die Sleeper-Geschichte, Eurowings, kein Handgepäck mehr im billigsten Tarif. Können wir machen. Sollten wir aber erst, damit wir wieder keinen Ärger bekommen, weil wir nicht strukturiert genug arbeiten, erst mal die Meilen-Highlights und dann unterhalten wir uns darüber. Vielleicht auch, mit wem man, mit welchem Fluggerät, die Condor demnächst so unterwegs ist. Ja, guter Mann, guter Mann. Dann würde ich jetzt einfach mal das Intro erstmal ablaufen lassen, damit wir Struktur reinbringen in unser Format. Sehr gut. Ja, wunderbar. Und schon sind wir wieder da. Das Intro ist durchgelaufen. Denkt dran, dass ihr uns wie immer liken sollt. Also Daumen hoch. Subscriben sollt. Mario? Die Glocke. Die Glocke. Vergiss die Glocke nicht. Und die Glocke. Und natürlich Abonnierbefehl wie immer. Also ganz einfach. Subscribe, Like, Kommentieren hatten wir vergessen. Das waren drei Sachen. Und Glocke natürlich. Ja, Kommentieren, ja. Dann lass uns direkt einsteigen, damit die Leute nicht denken, wir würden hier unnötig rumlabern. Für zwei Minuten haben wir ja schon Zeit vertrödelt mit den Miles and More Highlights. Da gibt es ja Zusatzpaket mit Versicherungen Meilen. Einmal das Miles Plus, wo du halt ein Paket kaufst. Sollen wir dazu was sagen? Lohnt sich das? Tja, keine Ahnung. Wer eigentlich nur für die, die keine goldene Karte haben, sondern nur die Standard-Miles and More-Karte, für die mag das dann lohnenswert sein. Ansonsten weiß ich nicht, ob man das unbedingt haben muss. Man kann da halt weniger Prämienmalen für einsetzen. Muss jeder selber wissen, sollte man sich mal genau anschauen, ob das für einen in Frage kommt. Also das Miles Plus-Paket als so ist, das würde ich fast gar nicht empfehlen, weil das Problem ist, wenn man einen Meilen braucht, okay, aber man muss halt gucken, man hat es ein Jahr und du hast eine Meilenkappung von 60.000, das heißt, du kannst maximal 60.000 Meilen pro Jahr da bekommen. Ist halt teuer, das Ganze. Und Versicherungspaket, wie du schon sagst, da würde ich lieber die Goldkarte nehmen, Upgrade Gold machen und so weiter. Also das wäre super. Dann gehen wir direkt zum Zweiten. Das ist was für Bilderfetischisten. Da hast du ja schon den Leon Löwentraut eben vorgestellt. Möchtest du den zuschauen auf Leon Löwentraut? Genau, für Kunstkenner gibt es handsignierte Pigmentdrucke von Leon Löwentraut. Ich habe keine Ahnung, ob das sein echter Name ist oder sein Künstlername. Whatever, es gibt halt dort Werke von Leon Löwentraut und die gibt es aber erst ab 10. August. Aber man kann sich ja jetzt schon mal ein bisschen mit seiner Kunst und seinem Werk vertraut machen. Leon Löwentraut, ein toller Name. Ich finde, wenn es der echte Name ist, ist toll und wenn er der Künstlername ist, hat er das auch gut hinbekommen. Ja, wobei man ja sagen muss, dass er beim letzten Mal nach einer Stunde ja die Bilder ausverkauft hatte. Und das muss man natürlich jetzt mit Respekt zahlen. Insofern denke ich mal schon, dass es ein Name ist. Also mir persönlich sagt er nicht, aber das ist das Problem. Kultur und Glas, das sind halt Probleme, die aufeinandertreffen, zwar Welten und so weiter. Mehr ist so mein Ding. Der Summer Sale, hohe Temperaturen, niedrigende Preise, so bewirbt die Lufthansa, Miles & Mordas selber. Und im August gibt es da wirklich Angebote mit innovativen Gadgets und so weiter. Also Accessoires, das ist halt der Klassiker, den die Leute da kennen, da einfach reinhalten. Dann die Upcycling-Collection. Da grätscht ich einfach direkt mal weiter. Im August bekommt man zehnfache Prämie. Mein, wer bei den Remover-Koffern nicht zugeschlagen hat, selber schuld, vorbei. Schnee von gestern. Jetzt ist die Upcycling-Kollektion dran mit zehnfachen Meilen bis zum 31.8. Also den ganzen Monat. Und Mario, Bekleidung ist jetzt dein Thema, ne? Ja, 20% Meilenachlass auf Bekleidung. Immerhin mit Dingen wie Tommy Hilfiger, Lacoste und so weiter, kriegt man im Workshop einen 20%igen Meilenachlass. Wer also noch ein neues Polohemd braucht, wie Lars zum Beispiel, weil er heute T-Shirt trägt, kann er sich wieder ein neues Polohemd kaufen. Und ja, Los Angeles ist ein Ziel, wo wir im Moment ja leider nicht hinkommen. Also 20% Meilenachlass ist ja kein schlechtes Angebot, finde ich. Insofern wäre noch irgendwas für den Sommer brauchen. Für den könnte das ganz, ganz interessant sein. Also ich hatte es jetzt ehrlicherweise das T-Shirt angezogen für dich, weil du ja nicht nach in die USA kommst, sondern leider nach Kreta musstest, auf Kreta musstest oder wie das auch mal heißt. Zehnfache Meilen gibt es nicht nur bei der Lufthansa Meiz in meinem Workshop, sondern bei der E.ON gibt es 10.000 Meilen pro Strom- und Gasvertrag. E.M.P. zehnfache Meilen. Zehnfache Meilen pro Anmietung auch bei Hertz. Bei Lockten gibt es achtfache Meilen. Marriott gibt es 12 Prämien Meilen pro US-Dollar im Teilen im Marriott Hotels weltweit, das ist die Aktion, die wir kennen. Aber ihr müsst ja immer wieder daran denken, deshalb sage ich das auch, es gibt keine Benefits, wenn ihr bei Bonvoy sammelt. Das müsst ihr dazu wissen. Also ist immer ein Give and Take. Otto hat sechfache Meilen, Park Aero. Wer pro Park vor allem 200 Meilen nehmen will, kann das in Anspruch nehmen. Talia gibt achtfache Meilen und der Aktionszeitraum, Aktionszeitraum, schwierig das Wort, Aktionszeitraum, ist vom ersten Achtraum. Aktionszeitraum, Aktionszeitraum. Ist bis zum 31.28.21. Meils sind immer Online-Shopping gibt es natürlich auch, dass es noch bei ausgewählten Partnern 30-fache oder 30.000 Prämien Meilen gibt. Das müssen wir auch erwähnen. Heißt also Megameilen bei Timbaland oder bei Kfz-Teile, da gibt es fünffache Meilen am 7.8. bis am 8.8. jeweils bei dem einen 15-fache, bei dem anderen 10-fache. Fixe Meilen-Highlights, Care bei Volvo. 30.000 Meilen gibt es bei mir in Estland leider nicht, wo ich einen Euro kaufen will. Dumm gelaufen. Kannst du nichts machen. Schlecht. Aber dreifache Meilen, 30-fache Meilen bei NordVPN. 30. 30, 30, 30, 3, warte, 3, ist schon schwierig mit Zahlen, mit Fingern und Zahlen. 30, 30, 30, 30 Meilen, 30-fache Meilen bei NordVPN. VPN kann ich immer nur empfehlen. Ich nutze VPN zum Beispiel, um, eigentlich nutze ich das gar nicht aus diesem Sicherheitsaspekt heraus, weil ich nutze immer VPN, um einfach nur für Netflix zu sagen, ich bin in den USA, dann kann ich die USA Netflix oder CBS oder wie die ganzen Buden heißen. Oder andersrum, ZDF oder ARD fangen ja auch an mit dem Quatsch, dass du diese Geoblockings drin hast. Und dann kannst du es trotzdem gucken. Stichwort Tatort. Livestream kannst du dann halt gucken, auch live. Und jetzt geht es natürlich wieder auf Alkohol. Und das ist ein Thema wie Bekleidung. Da gebe ich einfach rüber an den Herrn, der die karierte Tischdecke an die Wand gehängt hat. Genau. Ja, die karierte Tischdecke. Sonst siehst du meine Garten da hinten. Deswegen habe ich die karierte Tischdecke im Hintergrund. Aber du hast noch die zehnfachen Meilen bei Bogner, IMP, Christ und Valmano vergessen. Um dich da mal ganz diskret drauf hinzuweisen. Dann gibst du mich zehnfachen Meilen. Dafür habe ich dich hier. Ja, und dann, ja genau, dafür hast du mich natürlich. Und dann gibt es auf Champagner, auf den guten Champagner, 30% einer Meilenachlass. Also wer was zu feiern hat, sollte sich ein edles Trüppchen Laurent Perrier Champagner zulegen mit 30% Meilenachlass. Ich weiß gar nicht, ob das ein gutes Angebot ist, was der sozusagen in Meilen kostet und umgerechnet quasi dann in Euro. Sollte man sich aber anschauen, denn 30% als solches ist ja schon kein schlechter Meilenachlass. Ja, also das ist ja wirklich bei meinem Einsatz. Also ich finde das okay, denke ich mal schon. Aber da haben wir einen Experten. Das wäre vielleicht ein Thema für unseren Ulrich. Also Ulrich. Bin ich ja. Ulrich. Kommentarspalte. Kommentarspalte. Das ist ein guter Preis. Ja, dann lange wieder was von Lufthansa Holidays. Nichts mehr gehört. Dreifache Prämiemeilen sammeln für Reisen zum Beispiel nach Jamaika. Warum Jamaika? Weil Jamaika schön ist. Da würde ich hin. Und mit einer Anzahlung von 50 Euro können alle Reiser auf den Lufthansa Holidays bis zu 15 Tage vor Reisebeginn umgebucht oder storniert werden. Buchzeit vom 1.8. bis 31 der 8. Und der Reisezeitraum natürlich wie immer flexibel. Und jetzt kommt Mario, eine deiner neuen Fluggesellschaften, die du liebst, Eurowings Discover. Natürlich seitdem die jetzt gestartet sind, letzten Monat. Kannst du da jetzt auch deine Meilen einsetzen und Meilen schnäppchen mit 75% Meilen nach was? Ja, der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Ich habe vorgestern in Frankfurt auch ein A33 von Eurowings Discover schon am Gate stehen sehen. Mit der großen Discover-Schrift unter dem Eurowings. Ja, mal gucken, was das so bringt. Aber 50% oder bis zu 75% Meilennachlass ist schon mal nicht ganz verkehrt. In der Economy Class schon ab 10.000 Prämienmeilen. In der Business Class gibt es ab 17.000 Prämienmeilen Flüge. Und das sogar zu zielen in der Karibik. Nach Afrika, Windhock, Mombasa, Zanzibar und so weiter. Punto Kana ist dabei. Das ist allerdings nicht in Afrika, sondern Karibik. Also da ist einiges dabei. Verfügbarkeiten. Der Bumszeitraum ist dann auch vom 01.08. bis zum 31.08. in der Reisezeitraum vom 01.08.2021 bis zum 31.07.2022. Ich würde mal reinschauen. Vielleicht ist ja was dabei. Ja, vor allem geil ist halt wirklich, dass du bis 2022 wohnen kannst. Das ist ein Jahr. Das ist quasi gestern gewesen. Genau, gestern vor einem Jahr, ja. Nee, gestern in einem Jahr. Egal. Ja, mal gucken, mal gucken. Wir müssen es dann auch irgendwann mal ausprobieren, wie die neue Eurowings Discover so ist. Ich habe ja, aber vielleicht können wir da später ja nochmal drüber sprechen, ja dann auch dieses, zum ersten Mal dieses, ja wie nennt man, wie heißt es, Delight Shopping, das neue Essen in der Ekonomi mal ausprobiert, was man kaufen muss. Delight Menü. Und soll ich dir was sagen? Es ist genau das passiert, worüber wir schon geredet haben. Aber das können wir ja später machen. Es gab natürlich wieder nicht das, was man gerne essen wollte. Insofern alles schwierig. Aber wir machen erstmal hier bei den Meilenschnäppchen weiter. Und Lars erzählt uns was über Hotels und Cars, Buy Points. Genau, also da gibt es 10% Meilenlass beim Einlösen von bis zu 55.000 Prämienmeilen. Und wer dann 55.000 und eine Prämienmeile einlöst, würde sogar 20% bekommen. Gibt da 350.000 Hotels ab drei Sternen weltweit, 29.000 Mietwagenstationen. Ganz wichtig gilt hier auch wieder, ihr kriegt keine Benefits. Ihr würdet da halt einfach nur profitieren von dem Preis, also wenn ihr die einlöst. Und ganz wichtig, ja, es ist irgendwie auch für Privatreisen gedacht, wenn ihr die auch kaufen solltet, weil die kannst du ja auch so kaufen. Es gibt da keine Rechnung wirklich, dass man die steuerlich ansetzen kann. Und dann nehme ich jetzt das Thema weg, weil du bist ja ein Weltleser, deshalb wirst du ja voreingenommen mit dem Thema. Welt am Sonntag 21.000 Prämienmeilen im Abo sichern. Das gibt es jetzt abzüglich der 249,60 Euro Kosten, die ihr dann für die Zeitung beraten müsstet. Also bis zu 31.000. Also insofern, ja, 250 Euro. Ist das angemessen? Ich meine, du kennst die Zeitung ja, du liest ja. Ja, es kostet halt so viel, nicht? Ich weiß ja nicht, wie viele Ausgaben, wie viele Sonntage haben wir. Kommen sie an jeden Sonntag, also über 50 Stück. Ja, ist halt so, ne? Etwas günstiger, glaube ich, als im Straßenverkauf. Plus 21.000 Prämienmeilen. Ja, warum nicht, ne? Liest du die online oder liest du die quasi gedruckt? Nee, die Welt am Sonntag habe ich nicht abonniert, nur die normale Welt. Die Welt am Sonntag, die kaufe ich mir, wenn es mich interessiert, dann Sonntagmorgen. Sie war tatsächlich ganz traditionell old-fashioned am Kiosk. Da habe ich gerne noch das Papier in der Hand. Ja, das ist ja gefühlt sich auch besser an. Ja, damit haben wir unsere Pflicht und Schuldigkeit getan. Wir haben die Meilen-Highlights besprochen. Gibt heute übrigens auch keine Meilen-Schnäppchen oder sowas im Prinzip, außer die Meilen-Schnäppchen 75 Prozent, weil die kommen, glaube ich, erst morgen. Oder habe ich die übersehen? Ne, haben wir noch nicht übersehen. Dann lass uns doch direkt mal einsteigen. Du hast gesagt, du hättest das bei an Bord, den Bob, ausprobiert und bist auf die Fresse gefallen. Ja, auf den Hinweg ging es noch. Da habe ich so einen Salat gegessen, der auch qualitativ in Ordnung war. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch wunderbar. Mir noch ein Gläschen Wein gegönnt aus dem Verkauf und der Familie auch noch was gekauft. Und auf dem Rückweg wollte ich dann so ein schönes, leckeres Pastrami-Sandwich haben. Und dann sagte man mir, es gibt gar keine Sandwiches mehr an Bord. Und da ich nichts anderes haben wollte, war ich dann auch zickig und habe gesagt, nee, dann will ich nichts. Dann habe ich mir nur das Wasser geben lassen, was ich auch ziemlich klein finde. Also hatten wir, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen. Ich finde, wenn Sie schon nichts mehr machen, können Sie zumindest eine halbe Liter Flasche mal ausgeben. Als dieses, weiß ich nicht, was hat die 0,3 oder noch weniger, 0,25 Wasserfläschchen. Egal. Aber es ist halt ärgerlich. Wenn ich schon bereit bin, was dafür zu bezahlen und ich dann auch noch der Erste bin, der da in der Holzklasse gefragt wird, weil ich direkt hinter der Business Class gesessen habe und dann sind die Dinge schon nicht da, das ist dann irgendwie ärgerlich. Weil das passt dann alles auch nicht. Also wenn ich schon für den Scheiß bezahlen soll, Entschuldigung, die Ausdrucksweise, dann würde ich auch verlangen, dass die Dinge irgendwie an Bord sind. Also weiß ich nicht. Das ist irgendwie schlecht. Also das war dann früher bei Pasta oder Chicken genauso. Da musstest du dann auch noch das nehmen, was übrig bleibt, aber du musstest es zumindest nicht bezahlen. Insofern ist halt das passiert, was du auch schon mal des Öfteren gesagt hast. Und das macht mich dann doch ein bisschen unzufrieden. Würdest du das nicht eher in die Richtung Prophezeiung bringen, die ich gesagt habe? Ich habe es ja schon gesagt, als ich es das erste Mal gehört habe vor gefühlten... Wann haben wir mit Clubhouse angefangen? War es Januar? Oh Gott. Januar vor drei Jahren, glaube ich. Ja, genau. Ja, also quasi kurz vor Corona. Das war eines unserer ersten Themen. Ja. Genau. Und du hattest vollkommen recht. Ja. Du bist halt das Orakel, ja, das Lufthansa-Orakel, was das angeht. Nein, also wie gesagt, ich finde es schade, dass es so läuft, aber es war ja auch der erste Flug am Morgen, ne? Der Hinflug, ne? Ne, da habe ich alles bekommen. Das war der Rückflug nachmittags um fünf ab Kreta nach Frankfurt. Also das war schwierig. Ohnehin tut sich die Lufthansa schwierig an so kleinen Flughäfen, was auch sozusagen die Check-in-Prozedur anging. Das war, ja, das war sehr südeuropäisch, um es mal zu sagen. Ja, apropos südeuropäisch, ist das südeuropäisch oder kniepig oder wie auch immer, dass man dann keinen Trolley mehr an Bord nehmen kann, dass die Eurowings die Regeln fürs Handgepäck anpasst, was die Konkurrenz ja schon bei EasyJet gemacht hat, dass man halt den billigsten Tarif zuzahlen muss. Und ist das kniepig, ist das sinnvoll, ist das zeitgemäß, dass man also nur noch kleine Handgepäckstücke nehmen dürfe, statt bisher 40, 30, 10, müssen sie jetzt 40, 30, 25, statt genau künftig. Das entspricht zum Beispiel einer Laptop-Tasche, mittleren Handtasche oder einem Business-Rucksack, schreibt die Airline. Vor Eurowings haben diese Regeln bereits andere billige Airlines wie Rhein-Air und EasyJet eingeführt. Und ich weiß gar nicht, empfindest du Eurowings als billig Airline? Also bislang noch nicht. Bislang habe ich die immer so als Zwischensegment, so eine Mischung aus günstig Flieger und Ferienflieger mit einem bestimmten Anspruch empfunden. Also zumindest nicht in der Liga spielend wie Rhein-Air oder andere Billigflieger. Also ich hatte immer gedacht, da ist zumindest noch so ein bisschen Anspruch, weil man ja auch zumindest sehr früher angetreten ist und hat gesagt, ja, das ist im Grunde zwar nicht die Lufthansa, aber auch dem Reisenden, der sozusagen nicht touristisch unterwegs ist, soll da quasi nichts fehlen. Wenn er jetzt zwischen zwei Flughäfen in Deutschland zum Beispiel fliegt, die nicht Frankfurt oder München sind. Und insofern habe ich immer gedacht, naja, das ist so eine gewisse abgespeckte Lufthansa, aber halt nicht zwingend auf Rhein-Niveau-Ebene. Ja, also ich finde das schade, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da von der Euro eigentlich ein bisschen mehr erwarte, aber das können wir halt anscheinend leider nicht. Und der Grund ist, dass man Zeit sparen will, weil das größere Handwerkgepäck natürlich beim Verstauern bei dem Tetris in den Bins oben Zeit in Anspruch nimmt. Und das kann ich verstehen. Da bin ich also absolut bei denen. Was macht die Konkurrenz Condor in dem Punkt? Da haben wir ja nichts gehört. Aber der Investor darf investieren. Worin investieren Sie? Sie investieren in neue Flugzeuge. Und zwar, weil das Problem hatten wir, glaube ich, auch schon öfter. Die 767, mit denen die Condor unterwegs sind, die haben ja schon, wie ich, ein paar Jahre auf dem Buckel. Und da muss neues Fluggerät her. Und da soll es jetzt die A330 900 sein, finde ich, beziehungsweise die A330 Neo, finde ich als keine schlechte Alternative. Ich bin ja ohnehin großer Fan der A330er. Mit der Neo bin ich zwar noch nicht geflogen. Ich gehe davon aus, dass es aber auch ein gutes Flugzeug ist. Aber es war ja, glaube ich, an der Zeit, Lars, wie siehst du das, dass die tatsächlich mal sich neue Flugzeuge besorgen? Denn die Alten sind natürlich auch alte Spritfresser gewesen. Ja, die 757, 767 und so weiter, das sind ja Bumsbuden, darf ich das sagen? Ja, muss ich sagen. Ist ja leider so. War schon vor zehn Jahren so. Wir lieben Fliegen. Und da muss Ersatz her. Und was am meisten mich immer pressiert hat, ist, die verkaufen ja etwas als Business Class, was für meinen Sterbchen nicht so unbedingt als Business Class erkennbar ist. Und die wollen auch da rein investieren, um zeitgemäß zu werden. Also finde ich super. Und sie merken natürlich auch den Druck von der Eurowings, weil die Eurowings ja auch die Basis in München aufmachen will und so weiter und auch aus dem Ausland operiert. Da wird die Condor Gas geben müssen. Ich bin auch gespannt, wie der Investor damit umgeht mit dem Thema, weil ich finde das echt sportlich. Und der Name Condor für mich aber trotzdem einen besseren Klang hat als der von Eurowings. Ja, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Also ich hätte es nicht schlecht gefunden, wenn tatsächlich, wenn das Kartellrecht hier auch möglich gewesen wäre, die Lufthansa sozusagen sich die Condor einverleibt hätte und aus der Eurowings Discover dann sozusagen eine Condor wieder gemacht hätte. Weil der Name hat zumindest in Deutschland noch einen ganz guten Ruf. Das war ja auch der Grund, warum das in Deutschland immer Condor hieß und nicht umbenannt worden ist. Die sind ja nur in Deutschland unter Condor weitergeflogen, als sie noch zum großen Thomas-Cook-Konzern gehören. Also insofern alles richtig gemacht. Und wie gesagt, Condor, man sieht es ja auch immer noch am ähnlich stilisierten Zeichen, was hinten auf der Heckflosse drauf ist. Es erinnert ja auch noch an die guten alten Zeiten, wo die Condor zur Lufthansa gehörte. Ja, wobei du wieder Lufthansa sagst, nachdem das ganze Drama, und das war ja auch, glaube ich, einer unserer letzten Themen, auch im Clubhouse, den wir hatten, dass die Kata irgendwie angeblich beim DFB was machen wollte, aber beim DFB das eigentlich nur bekannt war und bei Kata gar nicht. Das waren quasi, hey, was will der DFB von uns? Wir haben mit dem gar nicht gesprochen. So, und das war natürlich blöd, aber jetzt spricht der DFB wieder mit der Lufthansa über eine Verlängerung der Partnerschaft, die gerade gekündigt worden ist, zum Ende des Jahres. Sind die eigentlich beim DFB verzweifelt oder sind die bei der Lufthansa verzweifelt? War die Lufthansa clever oder wie findest du das, dass die nach dem EM-Ausgau jetzt... Tja, das ist eine gute Frage. Ich würde eher sagen, in dem Fall war die Lufthansa clever und der DFB nicht so sehr. So hat man quasi jetzt alles weiterhin im Griff. Mal sehen, wie die ganze Schose ausgeht. Aber Kata weiß gar nicht, wer das nach vorne gebracht hat. Das wäre ja auch irgendwie ein Witz gewesen, nach den vielen Regenbogenflaggenkampagnen und sonst was. Das war dann, als die DFB mit Katar zusammenarbeite, das fand ich schon irgendwie ziemlich, ja, weiß ich nicht, strange, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ja, aber glaubst du, dass die Katar ein Flugzeug umlackiert hätte in FENTA? Nee, das glaube ich auch nicht. Am besten Regenbogen. Die hätten die die FENHansa gemacht. FENTA, das wäre klasse gewesen. Ja, auch wie immer wichtig, kommentiert unten einfach was rein, damit wir da wirklich auch eure Feedback bekommen. Ja, übrigens, bevor ich das vergesse, in Frankfurt, ich glaube, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, stand ja wieder dein Lieblingsflieger von Emirates am Gate. Man fliegt wieder mit der A380 nach Frankfurt, nur mal so nebenbei. Auch Hamburg und Düsseldorf. Hamburg, Düsseldorf, also auch alle vier. Ja, vielleicht kommt die Lufthansa denn am Ende doch nochmal mit dem A380 zurück. Wenn man vielleicht tatsächlich wieder in die Stadt fliegen darf, wo die zum Beispiel dein T-Shirt ziert, vielleicht zeigst du es nochmal. Das war ja auch immer so eine super A380-Route und der Bedarf scheint ja da zu sein. Die Leute scharren mit den Hufen, um endlich wieder in die USA zu kommen. Und wer weiß, vielleicht sind die Buchungszahlen dann so extrem, dass man da wieder eine A380 aus dem Winterschlaf holt. Also da würde ich Steffen das wünschen. Grüße an Steffen an dieser Stelle übrigens. Ja. An A380-Piloten. Ja, wie gesagt, angeblich soll man das ja überprüfen, aber angeblich ist das alles eine Pipi-Box-Parole. Ich weiß es alles nicht ganz genau. Die 340-600 ist ja auch irgendwie wiedergekommen, obwohl keiner da geglaubt hat dran, um die First Class. Also Bewegung ist im Markt. Ich würde es hoffen und ich finde den 380er einfach tip-top, auch wenn das Produkt jetzt natürlich nicht Sahne ist, was in der Business Class geboten wird. Aber die First Class ist unschlagbar. Ja, dann hat die Lufthansa auch nochmal auf Langstreckenflügen vor mindestens elf Stunden in der E-Community-Class diese Sleeper-Rows wieder eingebaut. Wir haben uns darüber ja unterhalten. Das ist jetzt wirklich etwas, was ein festes Konzept ist, weil es ja damals ab Brasilien, glaube ich, und auch aus dem Bundeslanders getestet worden ist. Und da kann man ab 159 Euro das pro Strecke hinzubuchen. Finde ich eine coole Geschichte, wenn die Leute jetzt sagen, ja, aber die Flieger sind ja nicht voll. Vertut euch da mal nicht, Mario. Wie voll war bei dir die Bude eigentlich? Ja, das wollte ich gerade sagen. Alle vier Flüge, weil ich hatte ja einen Zwischenstopp in Frankfurt, alle vier Flüge waren komplett ausgebucht. Es war super voll, sowohl in Hannover, wo natürlich auch die ganzen Ferienflieger der TUI abgeben, wie auch am Flughafen in Frankfurt, hatte man das Gefühl, was sozusagen das Passagieraufkommen auch dort anging, dass es fast so ein bisschen wieder wie in normalen Zeiten war. Ist es natürlich nicht. Ist nur ein sehr subjektiver Eindruck. Aber zu den Zeiten im letzten Jahr, wo man da quasi ein einsamer Rufer war, war wirklich was los. Und wie gesagt, alle Flüge, die ich hatte, Hannover, Frankfurt, Frankfurt, Kreta und auch wieder zurück, waren alle komplett ausgebucht. Und vielleicht für dich interessant, ich lag dann da immer schön im Hotel und es war nicht so weit weg vom Flughafen. Es flog ein Vierstrahler über mir und das war die Edelweiß, die von Zürich tatsächlich mit dem A340 nach Kreta geflogen ist. Und das macht man ja wahrscheinlich auch nur, wenn das Ding einigermaßen voll ist. Also es ist Bewegung, zumindest im touristischen Segment. Und die Leute sind einfach heiß drauf, auf der Weg zu kommen. Ja, ich habe das auch festgestellt. Also ich bin ja von Helsinki nach München geflogen. Die Bude war richtig voll. Habe sogar Glück gehabt, dass ich noch Partner-plus-Benefit-Tickets bekommen habe. Habe festgestellt, dass es da richtige Schnapper gibt. Ich muss mich mit dem Partner-plus-Benefit wieder ein bisschen näher beschäftigen. Zumal es da auch Unterschiede gibt, ob die Firma in Deutschland, Estland oder sonst wo ist in der Welt. Da gibt es unrückliche Prämient-Tabellen, nur so als Hinweis. Also insofern, das war voll. Dann wollte ich von München nach Berlin fliegen. Bude voll. Waren voll. Und ich bin da nicht geflogen, sondern ich habe mir einen Mietwagen genommen. Die Bahn war übrigens auch bei 300 Euro, nur so mal als Stichwort. 280, zweite Klasse, 300 irgendwas First Class. Also keinen Unterschied, 40, 50 Euro. Und da habe ich gesagt, komm, holst du den Mietwagen. Habe ich mir den sechsten Mietwagen geholt. War auch ein falscher Fehler. Da bin ich sechseinhalb Stunden auf der Bahn gehangen. Also ich kann echt den Leuten wirklich nur empfehlen, fahrt lieber mit der Bahn, auch wenn es teurer aussieht. Mit Tank und allem. Ich habe jetzt für 120, 130 Euro getankt. Dann habe ich im Hotel natürlich noch Geld bezahlen müssen. Hier in Berlin, in München, hatte ich auch Punkte übernachtet. Bei Heid ist das Schöne bei Punkten, dass ihr die Parkkosten erstattet kriegt. 108 Euro wollten die für zwei Nächte parken haben. Also 54 Euro pro Nacht. Willkommen in München. Dafür kaufen andere Leute sich zwei Zimmer. Also fand ich, ist also gewaved worden, weil das halt auch Punktebuchung war. In Berlin sind es 20 Euro pro Benachte. Ich gebe das Auto morgen wieder zurück, Wochenendtarif. Aber es waren halt sechseinhalb Stunden fahren. Es war richtig anstrengend. Du konntest nirgendwo Attacke geben, weil da, wo gerade die Geschwindigkeitsbgrenzung aufgehoben war, hat es halt viele, die dann die Bahn blockiert haben. Ist halt so, wenn man Audi fährt. Ein Audi geworden, Audi 55 TSI, glaube ich, heißt die Bude. Ein schönes Pferd, muss ich ja sagen, weil Mario mag ja irgendwie Audi. In der Tat. Aber die sechseinhalb Stunden, im Nachhinein war es einfach nur dumm. Aber trotzdem konnte ich heute dann von hier aus einfach mal Sachsenhausen besichtigen. Noch mal ein bisschen die Gedenkstätte angucken, ein bisschen Kultur machen, ein bisschen Geschichte machen. Das war spannend. Zurück zum Thema bei der Lufthansa. Ansonsten, wer die Buchung machen möchte, davon kann das online buchen, kann das natürlich auch bei der Reiseantritt buchen. Und ich finde, das ist das Geld wert. Das war ja eigentlich das Ausgangsthema, weil ihr damit die Reihen sicher habt. Also das heißt, ihr braucht da nicht in Gefahr zu laufen, dass es diese Reihe nicht gibt. Und ihr bekommt ja auch noch zusätzlich ein Kissen, eine Decke, eine Matratze. Und das ist schon ein Bonus-Add-on von 160 Euro eigentlich schon wert. Da muss man ehrlich bleiben, weil es halt dann garantiert ist. Und das ist dann halt nicht so ein Pokern. Und dann die Top-News. Und das hätten wir eigentlich als erstes bringen müssen, Mario. Das war eine Sondersendung gestern wert. Grüße an den Bodensee. Grüße an den Bodensee, genau. Ein langgegner Traum für einen treuen Zuhörer bei uns und auch Mitmacher bei Clubhouse geht in Erfüllung. Die Lufthansa fliegt wieder nach Trommelwirbel. Herr Kost, wohin fliegt sie wieder? Friedrichshafen. Friedrichshafen. Ja! Ein kleines Dorf. Also eigentlich ist ja ganz Deutschland besetzt, außer ein kleines Dorf in Friedrichshafen. Und da hat unser Ron jetzt halt wirklich die Möglichkeit, den Kommentar mit Dank an die Lufthansa drunter zu schreiben. Ehrlicherweise müssen wir ihm ja auch sagen, wir haben uns für ihn eingesetzt. Ja, absolut. Also jedes Mal bei an jeglicher Stelle möglicher Möglichkeit haben wir gesagt, bitte, bitte fliegt doch endlich wie an der Friedrichshafen. Der Ron möchte da abgeholt werden und über die Drehkreuze oder im Moment ist ja nur Frankfurt, dann wieder in die weite Welt fliegen können. Und ja, der Wunsch ist irgendwie in Erfüllung gegangen. Und ja, wir müssen ihn jetzt da nicht mehr abholen. Ja, vor allem, wir haben es ins Gebet eingeschlossen. Wir haben unsere Pflicht und Schuldigkeit getan. Jetzt muss er nur noch fliegen und gucken, dass das Ticket bleibt. Ja, dann war ja die Gefahr, dass die Kulanzregelung der Lufthansa ausläuft. Nein, die Kulanzregelung der Lufthansa mit den Ticketsumbuchungen ist verlängert worden. Heißt also, dass wir bis Ende Oktober die Tickets immer noch ohne die 50 Euro Umbuchungsgebühr umbuchen können. Wichtig ist halt wirklich, dass man sich inhaliert. Kostenlose Umbuchung heißt nicht kostenlose Umbuchung. Richtig, richtig, richtig. Nur die Umbuchung ist kostenlos, aber nicht die entstehenden Kosten daraus vielleicht aus der Umbuchung. Genau. Für eine andere Buchungsklasse oder dergleichen, wenn da halt was ausgebucht ist und man wünscht eine höhere Buchungsklasse, dann muss man das auch bezahlen. Ganz genau. Und das ist halt quasi immer gegen Fair Difference, also dass man da halt wirklich ganz klar auf der sicheren Seite ist. Und was auch ganz wichtig ist, ist in meinen Augen, dass man sich die Regeln auch anguckt, was die ganzen Reisen angeht. Deutschland ja heute, ab heute kann man damit rechnen, dass man in Bayern oder irgendwo, wenn man irgendwo herkommt, selbst im Auto und in der Bahn kontrolliert wird. PCR-Test. Ja. Dann eine Sache, die ich echt irritierend finde, ist, dass die Freunde von Malta, die gelben Impfding, das gelbe hast du auch, ist ja von der WHO, ne? Genau, das habe ich auch. Und zusätzlich natürlich das, worauf du jetzt hinaus willst, nämlich den digitalen Impfpass. Genau. Ich meine, ich stelle mir die Frage, was passiert eigentlich, wenn dein Handy kein, also gehen wir vom besten Fall aus. Das Handy hat einfach keinen Strom mehr. Ja. So. Das kannst du fixen. Dann warte halt eine halbe Stunde, lädst du in den Gaul, kommst du rein. Aber du hast halt einfach den gelben Zettel und die lassen dich damit nicht durch. Was passiert, wenn du dein Handy auf die Fresse so quasi hinlegst, damit das Ding ist tot? Also ich verstehe es einfach nicht. Und das finde ich halt unvergenehm, zumal das ja auch etwas ist, was von der WHO gekommen ist. Ja, also das ist mir auch ein völliges Rätsel, zumal man ja auch mal davon ausgehen muss, und es soll auch noch ganz wenige Leute geben auf diesem Planeten und in Europa, die gar kein Smartphone besitzen. So ein paar ältere Leute, die, also vielleicht nicht nur ältere, auch jüngere, aber in der Regel sind es ja ältere Leute, die vielleicht ein Handy haben, froh sind, dass sie das benutzen können, aber kein Smartphone haben. So die Generation ab 75 aufwärts, die ja durchaus noch sehr reißelustig ist, und halt nur so ein Papierding haben, das geht finde ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit gibt, du kannst ja in der Apotheke auch so einen Barcode holen. Das sind dann auch so Papierausweise, wo im Prinzip derselbe Barcode drauf sein müsste, wie auf dem Handy, ob das damit funktioniert, oder auf dem Smartphone, ob das damit funktioniert. Weil da werden auch zwei QR-Codes erzeugt, die dann ja auch maschinenlesbar sind, im Gegensatz zum WHO-Pass. Aber eigentlich ist der WHO-Pass ja sozusagen das Hauptdokument, und das andere sind dann Nebendokumente. Also ich finde es auch ein bisschen eigenartig und eigentlich nicht in Ordnung, weil man kann ja auch keinen zwingen, ein Smartphone zu haben. Das ist richtig, und wo du sagst, eigenartig, eigenartig ist wieder mein Stichwort für eigenartiges Flugzeug, 737 MAX. Ein harter Cut, nur wer moderiert, weiß, was ein harter Cut wert ist. Die TUI setzt die Tür zwischen Düsseldorf und Spanien ein. Also insofern wird es ernst mit dem Fliegen. Hast du dazu Gedankengänge? Ja, weiß ich nicht. Die haben sich ja auch insofern darauf vorbereitet. Natürlich, die Piloten sind entsprechend geschult worden, aber auch das Kabinenpersonal ist geschult worden, um auf Fragen der 737 MAX zu antworten, wenn die Leute dann dort Probleme haben. Aber, wie man zumindest bei den ersten Berichten hörte, haben noch nur sehr wenige Passagiere es überhaupt mitbekommen und auch tatsächlich nur Fragen gestellt. Und das ist wahrscheinlich so. Also außer uns beiden und den Leuten, die uns zuhören, die das Thema Luftfahrt etwas mehr interessiert, haben wahrscheinlich tatsächlich viele Menschen, die einfach nur in den Urlaub fliegen, überhaupt keine Vorstellung von dem Fluggerät, was das genau ist und was eine 737-8 ist, dass das dann der MAX sein könnte. Und insofern haben da viele wahrscheinlich überhaupt gar keine Vorstellung und machen sich auch dementsprechend gar keine Gedanken. Ja, also ich persönlich würde da auch sagen, dass man sich bei der 737 keine Gedanken machen soll, weil die Crews halt trainiert sind, die Fehler sind abgestellt worden. Also insofern da keine Angst. Was auch eine Angst von vielen war, nicht nur beim Thema 737, sondern auch der First-Eurs-Lounge, die ist ja irgendwann mal verkauft worden, dass man für 150 Euro, glaube ich, weiß nicht mehr ganz genau, wie viel der Preis war, dass du da reingekommen bist in den Lounge. Und Lufthansa hat das auch abgestellt, wobei ich glaube, dass die das abgestellt haben, weil die zu viele Leute in den Lounge gekriegt haben. Die haben festgestellt, das geht nicht. Also ich würde das jetzt nicht so zurückweisen, dass sie das gemacht haben, weil es zu viele Leute gab, die sich beschwert haben, dass jetzt das Plebs reinkommt, um es ganz altrömisch zu sagen. Ja, das ist gut möglich. Das ist gut möglich. Also auch da, die Stolange in Frankfurt war gut gefüllt. Man achtet ja darauf, dass da nur eine bestimmte Personenzahl reinkommt. Und auch die Business-Class-Lounge standen einige und haben gewartet, weil sie halt immer nur eine bestimmte Anzahl an Menschen reinlassen. Und wenn man schon mal die Möglichkeit hat, für Geld in die First Class zu kommen, das hat der eine oder andere sicherlich gerne mal ausgenutzt. Also insofern kann ich mir vorstellen, warum die das wieder zurückgenommen haben. Ja. Und logischerweise, wenn es um neue Flugzeuge geht, einmal die Air France hat die 220 ausgeliefert gekriegt, kommt ja auch auf Linie irgendwann, nachdem die Crews trainiert sind. Helvetik hat nochmal ihre 190 E2, die er gekriegt hat, auch für länger Zeit, geht jetzt auch nach Frankfurt. Malaysia verkauft ihre 380er Buden. Ja, doch, haben wir ja auch nochmal abgearbeitet. Condor hattest du ja genannt als Thema. Dann hat in den USA, wer war das, United, gedroht mit Riesenauftrag. War es United? United. United. Die wollen entweder ganz viele 737 oder halt Airbusse haben. und sie wollen natürlich ein Überschallflugzeug haben. Und da bin ich mal sehr gespannt. Ja, ich finde das so. Da bin ich vor allem mal gespannt, ob man sich da eventuell seine eigene Business Class oder sogar First Class Passagiere mit eliminiert in den normalen Fliegern dann. Also es sollen ja bis zu 100 Leute in den Boom reinkommen, also 80 oder 100, je nach Version. Und die soll weniger verbrauchen als den Concorde, was ja jetzt nicht ehrlicherweise schwer ist. Ja, also ich bin da gespannt. Ich glaube nicht ganz dran, dass das so öko ist. Unsere Green Airline, wie hießen sie nochmal? Green, die ja von Paderborn nach Sylt fliegen wollten. Die sind ja bezichtig worden, nur Greenwashing zu machen. Ja, also alles sehr, sehr schwierig, was da passiert. Also insofern mit dem Öko-Ansprich bin ich gespannt. Aber wie gesagt, wir waren nochmal abgesprungen bei den Green. Da waren Griechen, waren abgesprungen, eine griechische Fluggesellschaft, glaube ich, die geflogen sind. Die deutsche, German irgendwas ist abgesprungen. Also, oder zumindest reduziert. Also ist das Start-up nicht ganz so gelaufen. Wir hatten es ja auch damals lustig gemacht, dass ihr am Anfang nochmal ein Private-Chat geflogen habt. Und haben hier irgendwie so eine Challenger oder sowas eingesetzt. Das war dieses. Ja, also das ist viel passiert. Ich kann euch nur wieder auffordern, daran zu denken, dass ihr uns nicht nur liked, sondern auch subscribt, die Glocke anmacht, damit Mario mich nicht wieder maßregelt und kommentiert. Sascha Keller hat das richtig gemacht. Hallo Sascha, Grüße nach Süddeutschland. Ich hoffe, du bist in Süddeutschland. Ansonsten treffen wir uns ja nächste Woche, nee, gar nicht, wir treffen uns erst im September. Wir fliegen ja jetzt doch die Runde nach, ich muss mich gerade konzentrieren. Das war kein Bildstotterer, das war ich am Stottern machen zu unten. Wie heißt die gute Bundes-Iris? So war es. Ich wollte es nach Paul sagen und ich wusste, dass es falsch war. Bundes-Iris. Und damit wäre mein Honda endlich mal voll. Nach geplanten zwei Monaten länger, als es eigentlich dauern sollte. Sogar drei Monate länger. Da bin ich ganz gespannt. Ja, ich würde den Leuten das anraten, wirklich nochmal die Themen zu kommentieren. Wir haben schon hier wieder 44 Minuten gesabbelt, lassen uns die 2 Minuten 30 abziehen. Sind wir über 40 Minuten, waren lange nicht mehr da. Ja, wir kommen jetzt wieder hoffentlich öfter wieder. Also sollten wir das versprechen, können wir das halten? Ja, ich glaube schon. Also meine Mutter hat gesagt, du warst aber lange nicht mehr online. Ja. Ja, ja. Wir haben schon gedacht, das Internet ist kaputt, ja. So ist das. Ja, sonst hat meine Mutter ja mit mir gar keinen Kontakt mehr. Sie guckt ja noch auf Facebook. Er wird wahrscheinlich jetzt gleich eine WhatsApp-Nachricht schicken und sagen, dass ich wieder doof bin. Ja. Sie sagt ja auch Dinge, dass ich mir mit der Hand nicht durchs Gesicht gehe. Soll ich was immer. Nee. Sagt sie, nein, nicht machen. Ja, genau. Dann tut man nichts. Nee, macht man auch nicht. Aber das ist in dem Moment, ich mache ja immer meine Denker-Pose, wenn du redest. Ja, natürlich. Ja, der große Denker. In der Tat. Mach ich so? Oder was so? Nee, du solltest es vielleicht so machen wie die Griechen. Da musst du nicht so durchs Gesicht, sondern machst nur so. Oh ja, nee, das ist mir zu schwul. Ja, okay. Da wollen wir natürlich dich nicht in Versuchung führen. Nein, real men wear pink. Also. Right. Ja, damit haben wir das wieder politisch abgearbeitet. Wir hatten zwei Stammtische. Einer war gerade in Berlin gestern. Da waren wir sehr schön. In München hatten wir einen, auch erfolgreich. Morgen mache ich Hamburg, ganz spontan. Gucken wir einfach mal, wer da hinkommt. Morgen? Nee, übermorgen. Ich werde es posten. Ich muss mal gucken. Grüß das doch mal. Genau. Dann Hamburg, vielleicht noch Frankfurt, aber ich werde das auch alles nochmal posten. Also insofern, wenn ihr noch irgendwo anders einen Stammtisch haben wollt, schreibt das auch unten in die Shownotes rein. Dann haben wir noch eine Sache und da muss ich wirklich um Verzeihung bitten. Wir hatten ja für den 31.07. die Verlosung des Amenity-Tickets ausgelobt. Verdammt. Verdammt, ja, da war ja was. Ach Gott. Böse Sache. Ganz böse Sache. Ich habe es vergessen. Ich habe es verdrängt. Und es fiel mir gerade auch erst wieder ein, nachdem es mir ein paar Jahre vorher auch eingefallen war, aber dann wieder auch verdrängt hat. Wir werden das tun und wir werden das bekannt geben. Mario wird beim nächsten Mal die Namen in seinen Zylinder stecken. Hast du überhaupt einen Zylinder? Jawohl. Ja, bis dahin auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, ob ein Hasen rauszieht oder einen Namen rauszieht. Und damit hättet ihr die Möglichkeit, unter dem Kommentarspalte dieses Beitrags, wo wir dieses Amenity-Kit vorgestellt haben, zu kommentieren und trotzdem noch zu gewinnen. Und ich werde zwei, warte, zwei, da ist zwei, zwei so im Bildschirm, so ist, zwei in den Ring werfen aus großer Mehrkulpa. Und bitte um Abs. Das will man mehr. Wie heißt das Absinth? Ist das andere, ne? Nee, Absinth ist das andere. Das trinken wir immer. Absolution. Absolution. Aber um die bitte ich natürlich auch, weil ich vergessen habe, den Lars darauf aufmerksam zu machen, dass wir das noch verlosen müssen. Also insofern nehme ich da auch mindestens die Hälfte der Schuld auf mich. Ja, dann würde ich einfach sagen, an dieser Stelle bedanken wir uns bei euch, dass ihr uns wieder ausgehalten habt. Ach ja, ich habe ja den Spruch nicht gebracht. Wir sind hier um euch, das ist Mario, also Mario. Ja, das ist Lars. Wir sind hier um euch mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status zu bringen. Eigentlich hören wir jetzt auf, glaube ich. Wir hören jetzt mal auf, sonst fangen wir quasi wieder von vorne an und das wäre ja auch nicht gut. Nee, also in dem Sinne, tatou, talur, au revoir. Und auf YouTube schauen. Tschüss. Liken, subscribe. Jo, bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.